So meine Lieben, da berichten wir das erste Mal vom Testspiel unserer 0-3er gegen den BSV Hainersdorf, der Verein hat keine Kosten um München gescheuert. Selbst aus Bielefeld wurden hier Balljungs angeheuert. Die bringen hier, der Amine bringt hier quasi den Ball auch schon ins Spiel. Und da geht's auch schon los. Wunderbar, die 0-3er natürlich deutlich überlegen. Und da sehen wir Dennis Lembke trifft zum ersten Mal. Ein Testspieler, der hier aus der ersten holländischen Liga eingekauft wurde. Mal sehen, ob wir von dem noch mehr sehen. Ja, natürlich, der Ball ist zum zweiten. Nein, was sag ich, zum dritten Mal drin. Dennis Lembke, ja doch, der wird uns wohl weiterhelfen. Aber auch gestandene Spieler werden sich da natürlich nicht lumpen lassen. Jerome Haas trifft hier in der ersten Halbzeit auch zum zweiten Mal. Und auch Rafael Makangu. Ja, natürlich, die Sturmschwitze lässt sich auch nicht lumpen. Ja, zweite Halbzeit geht's weiter. Die 0-3er weiter im Vorwärtsdrang. Daniel Becker ist reinkommen und trifft hier bereits zum dritten Mal, wie wir ganz genau gesehen haben. Und er lässt einem weiteren Treffer folgen. Kim Dong Min, ja, trifft auch zweimal. Und dann, ja, was, meine Lieben, meine Redaktion, was sehen wir denn da? Können wir das nochmal bitte zurückspülen? Zeitlupe, ja, Zeitlupe, wunderbar. Da wird der Ball gleich wunderbar reingeschippt. Ein kleines Kunststück. Die Abwehr klärt den Ball weit nach draußen. Er kommt aber wie beim Pingpong gleich wieder zurück. Und mit Kopfballverlängerung ist der Ball drin. Tor für Hennersdorf. Ja, auch das soll natürlich belohnt werden und muss hier ganz deutlich gezeigt werden, wie alle anderen Tore der 0-3er. Denn weiter geht's im gleichen Tempo. Jawohl, Maxi Zimmer, der hat in der ersten Halbzeit getroffen, spielt gar nicht mehr mit. Und jetzt trifft Daniel Becker zum fünften Mal und dann ist auch das Spiel gleich zu Ende. Ja, da sehe ich den Abpfiff vom Schiedsrichter. Da wird noch ein bisschen ausgelaufen. Und wir berichten vielleicht von den nächsten Heimspielen wieder. War ja sehr gut.